Kleine Attraktion auf dem Parkplatz. Ein Dodge Power Wagon. Wow, der sieht ja mal cool aus. Ja, Skull, Hörner, ja, so ist er. Feuerlöscher, die Jerrycans, ja, hinten auch noch was drauf. Also der ist fit für Halloween. Das ist eine Fledermaus, die auf dem Kopf hängt. Cool. Ja, das ist mal ein scharfes Teil gefunden vor dem Walmart in Scotspluff, Nebraska. Ja, sorry fürs Gewackel. Ausprobiert unterwegs, kurz vor Halloween.